Wir treffen in Bern ein, Endbahnhof. Die BLS bittet Sie auszusteigen und verabschiedet sich von Ihnen. Die BLS begrüsst Sie in der S51 nach Brünnen und wünscht Ihnen eine angenehme Reise. Nächster Halt, Stöckacker. Wir treffen in Brünnen ein, Endbahnhof. Die BLS bittet Sie auszusteigen und verabschiedet sich von Ihnen. Die BLS begrüsst Sie in der S51 nach Bern und wünscht Ihnen eine angenehme Reise. Nächster Halt, Bumplitz Nord. Bumplitz Nord. Bumplitz Nord.